Hallo, hier ist der Nico. Ich spiele heute mit euch den Workflow nach von einer E-Mail, die ich von einem Kunden bekomme in Central bis hin zum Auftrag. Und eventuell können wir den noch abschicken, schauen wir mal, wie schnell wir durchkommen. Also, Ausgangssituation, ich habe mich angemeldet in meinem System und weiß, ich erwarte jeden Tag Bestellungen. Ja, ich habe meine E-Mail an Central angebunden, gehe hier oben auf Inbox und checke im Prinzip, was ich jetzt hier machen muss. Sie haben sich hier vor 0 Minuten, also gerade eben ist eine Bestellung reingekommen, von der Job KGAA. Ja, auf die klicke ich rauf. Dann lese ich das jetzt mal hier. Hallo Nico, wir benötigen wieder Ware von euch. Bitte Lieferung zum 26.11.20 mal Kaffee, Wein, Rotwein. Vielen Dank, Peter. Ja, okay. So, dann weiß ich ja, von wem kommt denn diese E-Mail, ja, weil das ein Bestandskunde ist von uns. Oder umgekehrt, insofern wir die E-Mail irgendwie im System haben, erkennt das System das. Und zwar hier oben, sehe ich, ne. Jetzt kann ich sagen, okay, super, ich kenne ja die Adresse, ja, und der will bestellen, also gehe ich auch dahin. Es öffnet sich sofort ein neuer Tab, ja, und kann jetzt sagen, alles klar, er möchte ja bestellen, also möchte ich einen Auftrag aufnehmen. Nochmal zur Erinnerung, in Central fängt alles mit dem Auftrag an. Nicht mit dem Lieferschein und nicht mit der Rechnung, sondern Auftrag und oder davor natürlich ein Angebot. Aber wenn es geht, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, alles dann in dem Flow des Autoversands. So, ich möchte einen Auftrag anlegen, habe aufgeklickt, ja, was habe ich hier? Ich habe einen Kunden, ich habe mein Projekt, das ändere ich jetzt mal, weil ich immer eingestellt habe, ich brauche immer ein Standardprojekt. Man kann aber auch dem System sagen, fang immer mit B2B an, geht auch. Und alles, was vom Shop kommt, ist sowieso dann B2C. Und ich könnte jetzt zwei Möglichkeiten, entweder packe ich jetzt direkt meine Position rein, nämlich das, was der Kunde hier bestellt hat. Oder ich arbeite das erstmal ordentlich durch, ja, und jetzt nehme ich mir einfach mal die E-Mail und arbeite das ordentlich durch. Und hier gibt es die Information, 26.11. Also, Wunschliefertermin, 26.11. Jetzt weiß ich für mich, der braucht aber immer mit DHL irgendwie zwei Tage, also mache ich hier sicherheitshalber 23. Drei Tage vorher. Heißt, im System, zeige ich euch gleich, die Auftragsampel wird am 23. grün, dass wir den Auftrag bearbeiten können. Und am 26. sollte der dann da sein. Ja, das habe ich jetzt irgendwie so bearbeitet. Kann ich auch per KW machen. So, Reservierung kann ich jetzt auch schon sagen, ab heute, ja, damit die Ware nicht wegkommt, kann ich aber auch weglassen. Die Reservierung wird dann ab Auslieferung Lager aktiv. Erst da guckt das System, okay, ist das notwendig oder auch nicht, was ich jetzt hier benötige am Datum, am 23. Ich kann Lager vergeben, Kommissionslager, Konsignationslager, brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, habe ich erstmal alles eingestellt. Alles andere von dem Auftrag habe ich natürlich, wenn wir das Video schauen, was wir hier erzeugt haben, Auftragserstellung in Central, ja, hier, das ist wann, wie, wo, was bezahlt wird, mit welchen Steuersatz. Ich wollte euch mit ihr das nur durchspielen. Also, ich habe eine E-Mail bekommen, habe ein Lieferdatum, habe zwei, habe drei Produkte, habe das aufgesetzt mit dem Kunden, in dem ich da hingegangen bin, über diese E-Mail-Adresse, habe das Projekt geändert, habe mein Auftragsdatum verändert und gehe jetzt in Positionen, ja, und mache einfach Copy-Paste, ja, und suche mir jetzt hier raus, weil der Kunde hat so bestellt, ne. Bei einer Shop-Bestellung ist das natürlich ein bisschen einfacher. Huch, so, und dann hat er gesagt, 20 Mal den Kaffee will er haben, so, habe ich eingefügt und dann will er haben Weißwein, so, und jetzt entweder kopiere ich mir das oder ich mache es halt wirklich und suche, geht ja auch, zeige ich euch, Weißwein, wollte er zwölf Mal haben und Rotwein, gibt es noch eine Erinnerung, ja, ist zerbrechlich, kommt aus den Stammdaten, kann ich einstellen. Rotwein, Rotwein, jawohl, zwölf Mal einfügen, genau das Gleiche, habe ich übernommen, so, und jetzt gucke ich mal, ich habe 20, 12, 12, dann habe ich hier 20, 12, 12, okay, Freigabe, mache ich weg, ja, sehe hier, ist rot, wegen Liefertermin kann ich nicht verschicken, Dokument versenden, ich schicke jetzt die Auftragsbestätigung an den Kunden, das kann man alles customisen, ja, das gibt es auch Videos, in unserem Onboarding-Bereich, jetzt nicht in der Anwendung, habe ja hier eigentlich stehen dann meine E-Mail-Adresse, ja, aber aus Demo-Zwecken mache ich das jetzt mal raus und mache nur Sonstiges, dann wird es markiert, ja, bei euch unbedingt, diese Einstellung, für mich diese, gehe auf Senden, zack, fertig raus, ne, dann steht hier, Auftrag versendet und, äh, das Ganze ist jetzt abgeschlossen und mit versendet markiert, ja, und jetzt warten wir im Prinzip auf den 23.11., dann wird hier die Auftragsampel automatisch, äh, gelb, grün, Entschuldigung, und dann kann das Ganze versendet werden und oder ich bin im Versand und sage, jawohl, ich habe jetzt hier alle Aufträge bearbeitet, ich mache mir immer hier den Filter rein, gucke mal so, ah, guck mal, hier sind so grüne Aufträge, ne, es ist irgendwie jetzt auf der Uhr, 8.05 Uhr, habe um 8.00 Uhr angefangen, will jetzt Aufträge übergeben, also mache ich Versandübergabe, gibt es auch ein extra Video zu, die kann ich jetzt alle übergeben in den Versand, mache ich jetzt nicht, ich nehme jetzt nur mit die ersten drei, so, oder nehmen wir mal ein paar mehr mit, zack, ja, es gibt Kaufland, Shop, Standard und sage, übergib das jetzt, bitte, Entschuldigung, Autoversand, nur Autoversand ausführen, jetzt sind das System die Aufträge, übergib die in den Versand, das System arbeitet oben noch, sehen wir da, dass es dreht ein bisschen, kann jetzt auch ein bisschen länger dauern, das ist ja das Gute, wir machen das live, so, Mailversand, gab es einen Fehler, habe ich gar nicht gesehen, die, die E-Mail, also, ne, weil ich habe ja angeklickt, dass das nicht zu versenden ist, so, die Aufträge sind drüben, wo finde ich die, entweder hier im Kommissionierlauf, ja, ne, Mailversand kann ich nicht versenden, liegt an meiner Kommissionierschufe, und da haben wir es hier, ne, alles das, was ich eingestellt habe, und oder, ich finde es natürlich auch, seht ihr hier, 2.11. bis heute, ähm, oder hier im Versandzentrum, jetzt kann man hier nach Auftragsdatum filtern, 2.11., das sind die Aufträge, die ich hier gerade drüber geschoben habe, ne, und jetzt kann ich die hier bearbeiten, indem ich auf den Fall gehe, genau, das ist im Prinzip, was ich euch zeigen wollte, von der E-Mail, zur Adresse, zum Auftrag, einmal durchgespielt, viel Spaß damit!